Guck mal, hier müssen wir zum Beispiel in die Landezone springen. Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ALDER, viel weiter als ich brauchte. Das war locker Gold. Und ich hab einen Motor-Kern gewonnen. Ja, bei mir leider nicht. Ah, das ist auch schlechter als das ich schon drin hab. Ja. Okay, ah ne, jetzt soll ich mich hier woanders lang fahren. Vielen Dank.